Hallo und willkommen zurück bei Quarko LP. Weiter geht's nun mit Uncharted. Viel Spaß. Jetzt sind wir doch mal gespannt, was hinter der Tür auf uns wartet. Nein. Okay. Aha, das sieht ja schon mal direkt nach Gefängnis aus. Hier können wir jetzt erstmal nicht weiter. Ja, das sieht doch sehr nach Gefängniszellen aus. Ähm, dass die Fackeln brennen, heißt auch, dass hier Leute waren, oder? Sind das ewig brennende Fackeln. Kann man hier... Diese Tür, die kann man gar nicht richtig sehen. Wo zur Hölle ist sie? Das ist ja seltsam hier. Okay. Es scheint wohl nichts von Interesse hier zu sein. Es sei denn, es funkelt und glitzert. Was jetzt? Ah. Wieder mal Ladehemmung in der Playstation. So. Wieder mal schön hier draußen. Ah, okay. Wir sind jetzt einfach auf der anderen Seite des Tores. Und hier können wir uns doch sehr gut in Deckung begeben, das war klar. Okay. Da vorne explodiert was. Gucken wir doch erstmal, wo die alle sind. Okay, da oben ist ein Geschütz. Das ist natürlich schon mal schlecht. Was ist das da vorne? Nee. Ich dachte, das wäre Elina. Okay, das ist ein Grenade-Launcher, oder? Ach so, da hat er nur einen Schuss. Ah, ist ja doof. Nein, nein, nein. Nicht dahin. Ja, super. Jetzt ist unsere AK da vorne. Nathan, geh doch weg. Boah, das gibt's doch nicht. Verdammt. So, jetzt aber. Der Schütz scheint nicht mehr da zu sein. Ach, können die mal aufhören, Granaten zu werfen? Das ist ja furchtbar. Und da kommen immer mehr. Versuchen wir erstmal wieder präzise. Ups. Ach, natürlich. War toll. Oh je. Hey, wieso konnte ich denn gerade was einsammeln? Jetzt nicht mehr. Aha. Und direkt nach dem Zielen. Okay, da vorne ist noch einer. Ei, ei, ei. Ah. 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 Er kommt raus. Ah. Au, 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 au. Vorhin ist doch ein Fass, aber, ha? Ist da nur wirklich einer in der Nähe? Ja, den hat's noch gereicht. Oh mein. Oh je. Ah. Was die können, können wir doch auch, oder? Wie sind sie denn? Schade. Ah. Runter. Verdammt noch mal. Das hätte ihn doch sowieso umgebracht. So war's. So war's. So war's das jetzt. Ah, da können wir jetzt ein Tor aufmachen. Da können wir jetzt ein Tor aufmachen. Nein, hier kommt man nicht durch. Hier ist auch nichts. Hier ist auch nichts. Hier ist bestimmt noch irgendwo ein Schatz. Hier kann man nirgendwo weiter. eine Wes. Eine Wes. Okay. Die hat bestimmt ordentlich Wumms. ist Wes. Ist Wes einfach nur eine Abkürzung für eine Smith & Wesson, oder ist das ein eigener Waffentyp? Ich habe mein Waffenwissen allerdings auch nur aus Videospielen und auch nicht besonders viel Ahnung. da ist der! Da ist der! Oh nein! Das war schön. Aber in Anbetracht unserer Munitionsknappheit sollten wir lieber auf die AK-Wesseln. Oh Mann! Ah, da vorne kam noch grad wieder einer. Was ist denn da vorne? Ja, ich würde sagen, wir gehen etwas zu verschwenderisch mit der Munition um. Ich würde gerne mal gucken, was hier rumliegt. Ach, ist wieder nur eine Moss. Au, 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 au. Immerhin den Schritt, hm. Das tut bestimmt gut weh, aber das Problem hat er jetzt nicht mehr. Schmerzen spürt er hoffentlich nicht mehr. Dieser Haufen Leichen scheint denn noch keine Leere zu sein. Kann ich bitte weiter ohne gestört zu werden? Na, ich würde eigentlich gern weiter mit der West schießen. auch wenn hier verführerisch viele PM90 und äh, was waren die anderen noch? Ja genau, Mikro hieß die andere. Hat denn keiner ne West dabei? Ey, das ist so ne Art seltene Waffe in dem Spiel. Vielleicht muss ich genau 6 Leute damit töten und ich hab 6 Patronen. die Musik ist auf jeden Fall immer noch Action reich, nenn ich jetzt mal. Das heißt, hier sind noch Leute. Na toll. Komm schon. Auch wenn wir unbegrenzte Munition haben, gefällt mir das nicht unbedingt. Oh, das war aber schön. So, reicht das jetzt? Nein. Oh, doch. Ich hab gedacht, da läuft noch einer, aber das war nur das Funkeln des... Das war nur das Funkeln der Acker. Okay, jetzt ist er wieder ruhig. Also können wir weiter. Oh. Hä? Hat sich grad das Licht geändert? Okay. Vielleicht begegnen wir ja gleich Elena. Vielleicht kriegen wir auch wieder von ihr auf die Fresse. Oh je. Da steht ne Waffe rum. Hm. Ich will bitte erst die Munition einsammeln. Schauen wir mal, ob hier noch was in dem Raum ist. Na gut. Schauen wir mal, was auf dem Tisch ist. Wieder ein spanischer Helm. Die sind nicht spanisch. Die sind englisch. Dann halt nicht. Wow. Fletcher. Wir sind zum großen Turm gegangen. Hoffentlich treffen. Du hast es geschafft. Hm. Nein. Na super. Was sagst du jetzt, du hate? Verdammt. Zwei Schuss. Na gut, das lohnt sich nicht wirklich die zu behalten. Aber die Moss ersetzt nur unsere AK. Dann gehen wir halt erstmal so weiter. Das wird doch bestimmt kein einzelner Gegner gewesen sein. Ja, das sieht schon schön aus. Das macht richtig Lust auf Urlaub. Und wieder auf richtigen Sommer. Ach, zumindest eine PM. Ah, das ist doch der große Turm. Drakes Turm. Jetzt gehört er sogar von ihm, weil er da hingegangen ist. Aua, aua, aua. Nee, andere Schulter. Da ist der. Naja. Ich habe ihn euch. Okay. Au, au. Los geht's. Ha. Na, wo seid ihr? Ist der tot? Jetzt ist er tot. Aber da war doch noch ein dritter, oder? Oder ein was weiß ich wievielter. Hm. Keine Musik? Scheinbar ist hier keiner mehr. Ah, den haben wir doch eben erschossen. Hier muss doch irgendwo ein Schatz rumliegen. Ist doch schon wirklich eine Weile her, dass wir einen gefunden haben. Und bisher war das ja ja untypisch. Oh. Vielleicht der hier vorne drin? Nein. Ja, auch nicht. Na gut. Aha. Sind wir jetzt hier runter? Ah, da kann man noch hinspringen, oder? Nein, aber hier kann man hoch. Dann ist da bestimmt doch noch ein Schatz. Und nein, ich bin nicht von Schätzen besessen. Da. Da sehe ich doch was. Ein goldenes Lama. Ja, das kann man sogar wirklich als Lama erkennen. Schatzsucher Amateur. Wow. Eine weitere Trophäe. Schatzsucher Amateur. Dann würde ich sagen, ist das doch ein ganz guter Abschluss. Wir haben jetzt noch eine Trophäe freigeschaltet und sind jetzt in der Nähe des großen Turms. Beziehungsweise wir sind in der Nähe von Drakes Turm. Und weiter geht's dann beim nächsten Mal. Bis dahin macht's gut. Tschüss. một ein fähigkeiten. Nie falls. Was ist das? Wahnsinn.